Krebs, es gibt viele Leute, die haben sich mit einer Ernährungsumstellung zum Beispiel von Krebs geheilt. Das gibt's. Wird ja jetzt nicht in den Massenmedien so tituliert, aber naja, verdient man halt nicht so viel Geld damit, ne? Viele Menschen glauben ja, dass Krankheiten was Schlechtes sind, dass sie von Viren und Bakterien verursacht werden und ich überhaupt keinerlei Schuld habe mit meiner Lebensweise oder meinem Lebensstil oder mit meiner Umgebung oder sonst was. Es ist immer das Außen, was mich krank macht. Und nur die wenigsten kommen darauf, dass die Krankheit letztlich nur eine Heilungsmaßnahme des Körpers ist. Und wenn man sich das dann genauer, ja, zuführt, auch mit den Worten, die wir benutzen und auch mit der Handlungsweise, wie wir bei Krankheiten vorgehen, dann wird es dann schon recht perfide, wenn man mal das Wort Krankheit mit Heilung des Körpers ersetzt. Weil letztlich ist das alles nichts anderes. Jegliche Krankheiten. Also es fängt halt damit an, dass wir zum Beispiel Schleim im Rachen haben. Der Körper möchte einfach Schleim, den wir zum Beispiel zu uns genommen haben, über den Rachen ausscheiden, ausspucken. Aber nennt man dann bei uns Husten. Fieber zum Beispiel ist einfach nur, dass der Körper sich erhitzt, zum Beispiel auf 40 oder 42 Grad, je nachdem. Und der möchte einfach mit Hilfe von den Bakterien und Viren, die halt dann diese Reibung mit verursachen, möchten einfach den Schleim direkt rausschwitzen, rausschmeißen, über die Haut zum Beispiel entgiften. Das ist zum Beispiel Fieber. Viele bekämpfen das jetzt auch mit Medikamenten und Antibiotika zum Beispiel, weil sie meinen die Viren oder die Bakterien verursachen das. Weil dann geht es dann weiter mit einer Lungenentzündung. Wieder das gleiche Spiel. Versucht man irgendwie zu unterdrücken. Der Körper versucht jetzt über die Lungen, den ganzen Schleim irgendwie rauszuschießen. Wir nehmen wieder Antibiotika und töten erstmal die Bakterien, die uns erstmal dabei helfen, den Schleim zu produzieren und rauszuschmeißen. Wir töten sie. Der Körper bekommt wieder Medikamente, wird bei seiner Heilung unterbrochen. Das heißt, er stoppt damit, versucht es irgendwie anders umzulagern und die Medikamente müssen natürlich auch, weil sie wieder im Körper abgelagert sind, wieder mit ausscheiden. Jetzt sucht er sich einen anderen Weg. Das geht dann die ganze Zeit so weiter. Man bekommt immer weitere Probleme. Man bekommt vielleicht auch irgendwann mal alles drei gleichzeitig. Und dann irgendwann kommt es dann zum letzten Stadium, nämlich solche Krankheiten wie Krebs, wenn es dann chronisch wird. Und die Leute dann mit Chemotherapie und alles mögliche kommen, sich Sachen rausschneiden. Obwohl es letztlich eigentlich nur noch eine Reihe von Folgen ist, über Jahre hinweg, über eine unnatürliche Lebensweise, dass der Körper dann mit Krebs einfach versucht, irgendwie die Gifte nochmal rauszubekommen und das dann auch so macht. Und das ist dann letztlich Krebs. Es gibt viele Leute, die haben sich mit einer Ernährungsumstellung zum Beispiel von Krebs geheilt. Und das gibt es. Wird ja jetzt nicht in den Massenmedien so tituliert, aber naja, verdient man halt nicht so viel Geld damit. Aber jedenfalls ist es halt dann auch letztlich eine Entgiftung und das ist dann einfach nur, dass der Körper letztlich Schleim und Gifte irgendwie auch rausschneiden möchte. Das sind dann diese ganzen Krankheitsbilder und da sollte man auch nicht so viel Panik haben, wenn man jetzt zum Beispiel Schleim aus der Nase bekommt, aus den Ohren, aus den Augen oder zum Beispiel trockene Haut hat oder Schuppen oder sowas. Das ist einfach nur trockener Schleim, den der Körper entgiften möchte. Sollte man sich eigentlich dementsprechend freuen, dass der Körper jetzt anfängt zu reinigen und man sollte es halt nicht so unterbinden. Man kann halt den Körper auch dementsprechend unterstützen, zum Beispiel gelbe Zähne ist auch ein Anzeichen von sehr starker Entgiftung. Hat jetzt nichts von Bakterien oder sowas zu tun, es ist mehr oder weniger eine starke Übersäuerung. Und ja, das ist halt dann im Rundraum, Mundraum, warum sich halt dann die Zähne verfärben. Wenn man dann, je weiter man mit der Rohkostreinigung geht über die Jahre hinweg, dann geht das auch wieder zurück, wenn man die Entgiftung ein bisschen akuter und sachter angeht. Also das heißt, dass man halt zum Beispiel jetzt das Ventil nicht ganz aufschraubt und alles rausschmeißen lässt und wenn man nur stückweise, stückweise und kontrolliert, dann passiert sowas nicht, dass man dann gelbe Zähne bekommt. Die Rohkost bzw. die schleimfreie Heilkost, weil ja nicht das alles eins zu eins ist, weil in der schleimfreien Heilkost bei der Übergangskost ja auch mitgebackene Sachen mit dabei sind. Bei der Rohkost hat man halt dann nur Rohesachen, aber gibt es auch viele Rohesachen, die auch schleimbildend sind, wie zum Beispiel Kürbis, das ist ein schleimbildendes oder auch Wurzelgemüse wie zum Beispiel Pastinaken oder Zucchinis oder sowas. Also alles, was eigentlich so ziemlich Stärke hat, ist halt etwas schwerer zu verdauen. Ist jetzt auch kein Verteidig, wenn man sowas isst, als Übergangskost ist das auch recht denkbar, denn letztlich muss man sich auch so sehen, das ist alles ein Reinigungsprozess. Deswegen nennt es ja auch Rohkostreinigung. Alles ein Reinigungsprozess des Körpers, denn schließlich leben wir nicht vom Essen, sondern wir leben mit dem Essen. Also es ist ein Irrglaube zu behaupten, dass wir, wenn wir nichts essen würden, sterben. Das ist, wir sterben einfach nur an den Vergiftungen. Mehr ist es nicht. Und Essen ist einfach nur ein Reinigungsmittel. Einfach erstens eine Dämpfung der Entgiftung, weil wenn der Körper mit der Verdauung beschäftigt ist, dann entgiftet er nicht. Und wenn wir dann zum Beispiel die Rohkost bzw. die steinfreie Heilkost zu uns nehmen, dann fördern wir uns sogar noch die Entgiftung, weil wir einerseits mit der Industriekost unseren Körper nicht belasten mit der Verdauung und auch nicht mit irgendwelchen Rückständen und Medikamenten, die wir dann selbst dann auch mal rausschmeißen sollen, sondern das Obst und Gemüse hilft uns dann nochmal den Darm zu reinigen zum Beispiel. Oder auch nochmal etwas zu puffern, die Entgiftung zu puffern, zum Beispiel mit Blattgemüse, um den Besen im Darm nochmal voranzubringen. Oder mit Obst halt zum Beispiel auch die Entgiftung zu beschleunigen. Und da muss man dann auch wieder aufpassen, weil halt manches Obst sehr stark schleimlösend sein kann. Und da kenne ich, wie gesagt, auch einige Negativbeispiele, die halt schon in jungen Jahren mit der Rohkost sehr viele Probleme hatten, dann auch im Krankenhaus gelandet sind, deshalb, weil sie zu viel Obst an den Anfangszeiten zu sich genommen haben. Und es fördert halt wirklich brutal die Entgiftung. Und wie gesagt, dieses Gemüse oder das Blattgemüse hilft nochmal den Körper zu reinigen. Denn der Körper, wie gesagt, wir leben nicht mit, wir leben mit dem Essen, nicht von dem Essen. Wir sind ein, das ist ein aerobischer Körper, den wir haben. Das heißt, Bewegung ist sehr wichtig. Die Lymphe ist bei sehr vielen verstopft. Wenn man sich den heutigen Tagesablauf von vielen schaut, wir sitzen rum, viele acht Stunden am Tag essen sehr viel, sind am Computer, bewegen sich kaum. Das ist schon mal das erste Problem. Die Lymphe, die entgiften so stark und bei vielen ist es halt verstopft. Deswegen bei mir als Beispiel, ich bin halt die ganze Zeit im Garten, bewegt mich halt, ja, alles mögliche. Ich habe ja nie eine Haltung, Knien, Hocke, Springen, keine Ahnung, alles mögliche ist damit dabei. Dann dehne ich mich natürlich auch in der Früh gleich, wenn ich aufstehe, 20 bis 30 Minuten, den ganzen Körper durch, von oben nach unten, jeden, jedem Gelenk, jeden Muskel, jede Sehne versuche ich da zu dehnen. Das mache ich dann am Nachmittag auch nochmal, alles kurz vorm Taiji, denn ich mache auch mindestens drei Stunden am Tag Taiji. Einfach auch wegen der Atemübung, weil die Atmung ist auch ein wichtiges Entgiftungsmerkmal, um sich einfach ruhig konzentriert zu bleiben, auch weniger Stress zu haben, in der Harmonie zu gehen und mich auch dingehend auch zu bewegen. Und die Kampfkunst macht auch richtig Spaß, ist auch ein guter Punkt für die Selbstverteidigung. Und dann mal noch Krafttraining, also so halbe Stunde, eine Stunde Seilspringen, Laufen, Sit-Ups, um einfach auch die Bauchmuskeln und den Darm noch ein bisschen im Schwung zu bekommen. Was meine denn noch? Treppensteigen, Laufen, Street-Workout, also solche Worte einfach mal in den Raum geworfen, Klimmzüge, also sowas halt, ich gehe jetzt nicht im Fitnessstudio, sondern schaue halt, wie ich bei mir hier in der Umgebung einfach mal in einem eigenen Körpergewicht da etwas finde und das hilft mir halt einfach. Draußen in der frischen Luft natürlich, so gut es geht, weil mit der frischen Luft, da vergiftet man sich auch nicht so gut und man fühlt sich auch freier und lockerer. Ich kann auch eine schöne Tiefenatmung auch zum Beispiel machen und ich bin auch meistens auch leicht bekleidet, also zum Beispiel im Hochsom habe ich nur eine Badehose an, meistens sonst komplett nackt, einfach um die Sonne auf der Haut zu spüren, einfach auch ein bisschen die Wärme, ist ein bisschen cool. Sonst auch über die Haut und die frische Luft zu spüren, auch die Feuchtigkeit und die Flüssigkeit über die Haut auch auf dem Körper zuzunehmen, da muss man auch zum Beispiel nicht mal trinken, wenn die Haut richtig rein ist, weil man dann auch über die Haut zum Beispiel auch Flüssigkeiten aufnehmen kann. Das ist dann schon eine richtig coole Fähigkeit und da ist es dann auch wirklich wichtig, die Haut auch zu reinigen, deswegen mache ich auch zum Beispiel am Abend immer so zwei Stunden basische Bäder in Waschsoda. Da gibt es auch eine schöne PDF, die verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung über die Geschichte des Badens, wie man zum Beispiel, warum ich dieses Waschsoda nutze, einfach um einen basischen Wert zu bekommen und halt Giftstoffe per Osmoserverfahren über, wenn man halt lang genug badet, raus auszuscheiden. Und da ist es auch wichtig zum Beispiel nicht zu heiß oder zu kalt baden in lauwarmen Temperaturen, dass es halt am angemessensten ist und ich muss schon wirklich sagen, das habe ich auch in meinem Fastenvideo da gesagt, Baden ist schon eine coole Sache, ne, also jeder, der eine Badewanne hat, der sollte unbedingt baden. Das ist schon wirklich eine sehr schöne Sache und sonst, was man auch machen kann, ist zum Beispiel Fasten. Das ist auch super zum Entgiften, also immer kurze Fastenzeiten machen, auch intermittentes Fasten. Darme in der Höhe kann man auch ab und zu mal machen, wenn man zum Beispiel Schwindel hat, dass man oder einem schwarz vor Augen wird, dass man sich den Darmeinlauf gibt und ja, einfach nochmal das ein bisschen unterstützt, dass halt die Entgiftung oder über den Darm die nicht ausgeschiedene Kote der Giftstoffe da ein bisschen besser ausscheiden und der Wind ist jetzt auch nicht so in meinem Fall und sonst, was man auch machen kann, ist viel Schlaf. Also das habe ich zum Beispiel letztens gemerkt, ich habe zwei Wochen, nachdem ich nach meinem Fastenbrechen mal Wassermelone gegessen habe, bei diesem richtig warmen Sonntag, da habe ich dann gemerkt, wie stark die Reinigung war und habe dann gemerkt, wie viel Schleim aus meinem Rachen kam und habe dann auch feststellen dürfen, dass ich dann eine Giftungshalkrise hatte, dass ich mich dann schlapp geführt habe und sehr viel Schleim über Lungen und Nase herausgekommen ist und ich dann sehr müde geworden bin, aber dass ich das nach drei Tagen gelegt habe, weil ich dann auch wieder vermehrt geschlafen habe, dann auch an einem Tag acht bis neun Stunden und dann ging es mir richtig gut. Also Schlaf ist auch ein wesentlicher Bestandteil der Entgiftung und man sagt, auch genug und erholsam schlafen. Es ist einfach alles ein Prozess, wie gesagt, auch das mit diesen 30 Tagen Fasten, da konnte ich auch nicht von heute auf morgen, hat sich jetzt über die drei Jahre, beziehungsweise vier, fünf Jahre so hinentwickelt, dass ich halt mit immer das Fasten ein bisschen länger gesteigert habe, genauso wie mit dem Obst. Der Ashton Kutscher zum Beispiel, der hat von der konventionellen Kost und dann ist er auch zum Nurfrüchtekost gekommen und dann ist er im Krankenhaus gelandet. Also wie gesagt, das kann dann zu einer richtig starken Entgiftung führen und das ist halt auch so ein Beispiel und da in dem Zusammenhang entsteht ja auch sehr viele Heißhungertacken und die Leute zu viel Obst essen und da ist zum Beispiel ein Punkt, den die Leute vielleicht auch nicht den Zusammenhang zwischen Hunger und Entgiftung verstehen und das möchte ich euch im nächsten Video unter anderem erzählen. Da freue ich mich wieder, wenn ihr den Kanal zum Beispiel kostenlos abonniert und auf die Glocke drückt. Werdet jemand wieder mal nachrichtigt, wenn ich dann das neue Video hochlade, also ein optimaler Zeitpunkt, um zu wissen, wann das nächste Video auch kommt. Deswegen gerne auch abonnieren und ich freue mich natürlich auch, wenn euch das Video geholfen hat, euch die Informationen schlüssig waren oder ihr andere Sachen mitnehmen könnt. Ich freue mich natürlich auch über einen Daumen nach oben. Und sonst, ja, mach ich gleich weiter, ich drehe das nächste Video und dann sehen wir uns gleich im nächsten Video hier im Peace-Projekt. Bis dahin, ciao!